Hallo und herzlich willkommen zur Lehrfilmreihe über Glühverfahren. In diesem Video erläutern wir das Diffusionsglühen oder auch Homogenisierungsglühen genannt. Sicherlich hast du die Einführung schon angeschaut und weißt, dass Glühverfahren zu den Wärmebehandlungsmethoden zählen, die ein gleichgewichtsnahes Gefüge erzielen sollen. Hierzu wird das Werkstück hochgewärmt, durchgewärmt und gehalten, bis auch der Kern die gewünschte Glühtemperatur erreicht hat und sich das Gefüge wie gewünscht geändert hat. Anschließend wird langsam, meist im Ofen, abgekühlt. Beim Diffusionsglühen werden Vormaterialien, wie abgegossene oder warm geformte Stahlblöcke, bei sehr hohen Temperaturen im Bereich zwischen ca. 1050 und 1300 Grad Celsius geglüht und bis zu 50 Stunden gehalten. Dabei wird der Stahl zunächst vollständig austenitisiert und anschließend langsam abgekühlt. Es sollen Seigerungen beseitigt werden, das sind Inhomogenitäten in der chemischen Zusammensetzung, die ansonsten zu einer deutlichen Verschlechterung aller Gefügeeigenschaften führen. Außerdem sollen lösliche Phasen von der Korngrenze ins Korninnere transportiert werden und unlösliche Phasen im Korninneren koagulieren, d.h. in eine globulare Form zusammengeführt werden. Damit kann die Gefahr einer Versprödung des Werkstücks gesenkt oder sogar beseitigt werden. Ziel der Diffusionsglühung ist es, die mechanischen Eigenschaften zu verbessern, und die Eigenschaften im Kern- und Randbereich des Werkstücks auszugleichen. Im Anschluss wird der Werkstoff weiter bearbeitet. Wenn eine Metallschmelze in einer technisch sinnvollen Zeit und nicht unendlich langsam abgekühlt wird, erfolgt ein schichtartiger Aufbau der Kristalle. D.h. in den einzelnen Körnern liegen die Legierungselemente in unterschiedlichen Konzentrationen vor. Diese Konzentrationsunterschiede entstehen, weil das Korninnere aus Primärkristallen einer anderen Zusammensetzung besteht, als die später erstarrten Kristallbereiche. Und diese wiederum haben andere Zusammensetzungen als die zuletzt erstarrten Bereiche der Kristalle. Dadurch entsteht ein Kornaufbau, bei dem sich die Zusammensetzung schichtweise vom Kern zum Rand hin ändert. Betrachten wir einmal das einfache schematische binäre Phasendiagramm und kühlen die Legierung L mit der Ausgangszusammensetzung C0 der beiden Komponenten A und B ab. Wenn der Abkühlverlauf der Legierung auf die Liquiduslinie trifft, scheidet sich bei der Temperatur T1 der erste Mischkristall aus. Die Zusammensetzung dieses Mischkristalls oder auch Phase Alpha 1 kann an der Konzentrationsachse abgelesen werden. Schnell wird klar, dass dieser erste Mischkristall sehr reich an der Komponente A ist, also deutlich A reicher als die Ausgangszusammensetzung C0. Wird die Legierung nun weiter abgekühlt, so ändert sich die Zusammensetzung der verbleibenden Restschmelze entlang der Liquiduslinie und die Zusammensetzung der im weiteren Verlauf der Abkühlung ausscheidenden Mischkristalle ändert sich entlang der Soliduslinie. Mit zunehmender Abkühlung wird der ausscheidende Mischkristall also immer B reicher. Bei ca. T2 entspricht die Zusammensetzung des bei dieser Temperatur erstarrenden Mischkristalls der Ausgangszusammensetzung C0. Unterhalb der Liquidustemperatur ist dann das gesamte Gefüge fest. Innerhalb der Körner nehmen also nach der Erstarrung der Gehalt von A vom Kern zum Rand ab und der Gehalt von B vom Kern zum Rand zu. Diese veränderte Konzentration innerhalb einzelner Körner nennt man Kristallseigerungen oder Mikroseigerungen und den entstehenden Mischkristall Zonenmischkristall. Die Konzentrationsunterschiede sind umso höher, je schneller abgekühlt wurde. Das heißt, je weniger Zeit für einen Konzentrationsausgleich gegeben ist. Außerdem sind die Konzentrationsunterschiede größer, je kleiner die Diffusionsgeschwindigkeit der Legierungselemente und je größer das Erstarrungsintervall ist. Also je größer das Temperaturintervall zwischen der Liquiduslinie und der Soliduslinie ist. Seigerungen werden auch in einem Lightboard-Lehrvideo auf der Mediathek der HTW Berlin erläutert. Außer den Mikroseigerungen können in Gussteilen nicht nur die Körner, sondern auch über ganze Werkstückbereiche hinweg Konzentrationsunterschiede auftreten. Diese werden Blockseigerungen oder Makroseigerungen genannt. Da die Diffusionswege sehr lang sind und Diffusionsprozesse somit auch sehr lange dauern, ist das Diffusionsglühen zur Entfernung von Blockseigerungen wirtschaftlich nicht geeignet. Diffusionsglühen eignet sich also zur Beseitigung von Mikroseigerungen. Dabei werden nicht die fertigen Bauteile diffusionsgeglüht, sondern abgegossene oder warm geformte Stahlwerkstücke. In nachfolgenden Bearbeitungsschritten können dann die beim Diffusionsglühen entstehenden Verzunderungen, das grobe Korn und die entkohlte Oberfläche nachbehandelt werden. Mikroseigerungen, aber auch Blockseigerungen haben einen negativen Einfluss auf die Gefüge-Eigenschaften und somit auf die Eigenschaften eines Stahls. Stähle mit Mikroseigerungen haben eine schlechtere Korrosionsbeständigkeit, da die korrosionsschützenden Elemente nicht gleichmäßig im Werkstoff und vor allem nicht gleichmäßig an der Oberfläche verteilt sind. Sie beeinflussen außerdem das Kornwachstum und das Aufschmelzverhalten. Seigerungen verändern Umwandlungstemperaturen bei der Wärmebehandlung, so dass die Zeittemperatur-Umwandlungsdiagramme, also ZTU-Diagramme, nicht korrekt angewendet werden können. Seigerungen haben außerdem einen negativen Einfluss auf die Bauteileigenschaften. So kann sich beispielsweise ein sekundäres Zeilengefüge bilden, das anisotrope Eigenschaften des Werkstücks bedingt. Stähle mit Mikroseigerungen neigen zur Rissbildung, so dass Umformvorgänge erschwert werden. Die statische und dynamische Festigkeit verschlechtert sich, die thermische Ausdehnung und das Verhalten eines Werkstücks bei der Zerspanung werden beeinflusst. Ziel der Diffusionsglühung ist es, diese Konzentrationsunterschiede zu beseitigen, die mechanischen Eigenschaften zu verbessern und die Eigenschaften im Kern- und Randbereich des Werkstücks auszugleichen. Beim Diffusionsglühen wird der Stahl auf eine Temperatur ca. 1050 bis 1300 Grad Celsius gebracht, d.h. bis weit oberhalb der AC3- oder GS-Linie hochgewärmt, dort durchgewärmt und im Austenitgebiet für ca. 50 Stunden gehalten. Anschließend erfolgt eine langsame Abkühlung an der Luft oder im Ofen. Die Glühdauer richtet sich nach dem Seigerungsgrad, der Diffusionsgeschwindigkeit der Legierungselemente des Stahls und nach dem Verformungsgrad, d.h. den Diffusionswegen. Je nachdem, ob Restseigerungen toleriert werden können, verkürzt sich die Glühzeit. Das Glühen bei hohen Temperaturen im Austenitgebiet ist wichtig, weil im Austenit Legierungselemente viel besser als im Ferrit gelöst werden können. Ihr erinnert euch, Die kubisch-flächenzentrierte austenitische Phase besitzt wenige, aber dafür große Löcher im Kristallgitter. Hier können viele Legierungselemente gelöst werden, da die Gitterverzerrung durch die großen Lücken und damit die Gitterspannungen nicht zu hoch werden. Austenit kann beispielsweise maximal 2,06% Kohlenstoff bei 1147 Grad Celsius lösen, wohingegen der kubisch-raumzentrierte Ferrit maximal 0,02% Kohlenstoff bei 723 Grad Celsius lösen kann. Ferrit hat viele, aber kleine Lücken. Die hohen Gitterverzerrungen können von diesen Lücken nicht gut kompensiert werden, daher bleibt die Löslichkeit für Legierungselemente im Ferrit sehr gering. Im Austenit können nicht nur mehr Legierungselemente gelöst werden, sondern die Diffusion ist hier erleichtert. Das heißt, dass sich die Elemente schneller durch das Gitter hindurch bewegen können. In der austenitischen Phase können also Fremdatome bzw. Legierungselemente leicht von Bereichen hoher Konzentration in Bereiche mit niedriger Konzentration wandern und somit einen Konzentrationsausgleich der Elemente über den Kornquerschnitt erzielen. Die Elemente verteilen sich gleichmäßig im Korn. Zusätzlich werden während des Diffusionsglühens lösliche Phasen von der Korngrenze ins Korninnere transportiert und unlösliche Phasen im Korninneren, wie beispielsweise Oxide, Karbide und Nitride, koagulieren, das heißt, sie nehmen eine globulare Form an. Damit kann die Gefahr einer Versprödung des Werkstücks gesenkt oder sogar beseitigt werden. Zusammenfassung Beim Diffusionsglühen werden Vormaterialien wie abgegossene oder warm geformte Stahlblöcke bei sehr hohen Temperaturen im Bereich zwischen 1050 und 1300 Grad Celsius geglüht und bis zu 50 Stunden gehalten. Dabei wird der Stahl zunächst vollständig austenitisiert und anschließend langsam abgekühlt. Im Anschluss wird das Werkstück weiter bearbeitet. Ziel der Diffusionsglühung ist die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften und der Ausgleich der Eigenschaften im Kern- und Randbereich des Werkstücks. Es sollen die beim Gießen auftretenden Mikroseigerungen, also die inhomogenen chemischen Zusammensetzungen innerhalb von Körnern, beseitigt und somit die Gefügeeigenschaften und folglich auch die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Beim Diffusionsglühen bewegen sich Fremdatome bzw. Legierungselemente durch das austenitische Gitter hindurch, sodass ein Konzentrationsausgleich der Elemente über den Kornquerschnitt erzielt wird. Und die Elemente gleichmäßig über den Kornquerschnitt und vom Kern zum Rand des Werkstücks verteilt sind. Außerdem werden lösliche Phasen von der Korngrenze ins Korninnere transportiert und unlösliche Phasen im Korninneren nehmen eine globulare Form an. Sie koagulieren und beseitigen somit die Gefahr einer Werkstückversprüdung. Untertitelung des ZDF, 2020 und TEST